Warte, da wird das VOD hochladen. Weh werden muss. Was halt echt assi ist, ne? Um euch mal meinen Plan, den ich eigentlich hatte, zu verraten. Eigentlich wollte ich immer schön auf Twitch so normale Battles machen, weil ich halt wirklich normale Teams baue, ohne jetzt hier Packs aufzumachen. Und diese dann, grün, 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 scheiße. Und diese dann auf Vidme hochladen, weil Vidme, denen ist es relativ egal, was ich da von der Musik dahinter packe oder von der Musik laufen habe nebenbei. Probleme setzen zu sich, dass Vidme, die große YouTube-Alternative, die von vielen so gefeiert wurde, bald aufhört zu existieren, weil es einfach nicht läuft, weil es einfach niemanden interessiert und einfach nicht die Reichweite da ist. Und das ist ein Gescheit zu promoten. Deswegen ist der Plan auch schon wieder hinfällig, was mich leicht ankotzt. Okay, Rot mit Zwering, da muss jetzt was drin sein, komm. Was mich leicht ankotzt, weil da ist der ganze Plan schon wieder hinfällig. Also du kannst dich hier auf nichts verlassen. Du kannst dich einfach auf nichts verlassen. So, Legis. Genau, uns fehlen noch Boreos, Cresselia, Demetoros, Dialga, Geratina, Capopala, Capokime, Capokriki und Capotoro, Cobalion, Kyoren, Lavados, Mewtwo, Raiku, Raikwasa, Suicun, Viridium, Voltriant, Xernias und Zygarde. Das sind alle Legendaries, die uns noch fehlen, Leute. Ähm, Tobi, du kannst bloß ein Pokémon bestellen, weil du kannst dich nur einmal in die Liste eintragen, bis ich die wieder gelehrt habe. Report, die Liste mit den ganzen Sachen bis zum letzten Reset ist im Discord bei den Pokémon-Sachen oder Coins. Du kannst ja hier schon auch mit mäßigen Wesen spielen, bis dann halt auch mal nicht so schnell. Oh, shit. Komm schon! Oh, ja, genau, durch zwei durch. Durch zwei durch. Ist ja von mir. einfach raus. Ich da! Ich da! Nein, 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 Ich bräuchte mal eine Kugel. Komm ich nicht hin. Scheiße, war ich nicht. Fuck it! Wie kann man jetzt einen Monster von dir und würde fragen, ob das... Ja, du bist als Battle eingetragen in den Bot. Deltexa fehlt ihm bei der Coins-Liste. Das klingt wahrscheinlich Plan aus heute. Was ist denn los? Ja, ein Mega ist, wenn wir das Tarnsteinopfer, das Steinkantenopfer... Wenn wir das noch mitgenommen haben, hat das einfach nichts gerissen. Nichts! Dertex. Ich habe dein Karnimani eingetragen... ... Wann kommt der nächste Stream? Äh, GoPro, wann soll heute der nächste Stream kommen? Denn der Stream läuft gerade, Junge. Ist der Clown? Ist der Dash bewusst, Junge? Ist der Dash bewusst? Der, Jahrhades! Können Sie nicht gehen? Gun Beauty? So, wir müssen jetzt schon ungefähr zweieinhalbtausend haben. Ich hoffe, wir kriegen erstmal wieder hin, auf 4000 oder so zu kommen. Das wäre echt gut. Oh, da ist noch viel. Nein, 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 nein. Warum jetzt wir kriegen? Ach komm, wir versuchen einfach weiter zu kommen. Das ist wichtiger. Das ist wichtiger als einmal greedy zu sein, ist einfach so weit wie möglich zu kommen. Nein, nicht in blau rein. Nicht in blau, auch nicht in grün. Oh, da ist ein blau mit einer Blume rundherum. Ich würde gerne, aber ich kann nicht. Ich brauche nichts mehr als blau. Das ist normal ist schon. Der Escape mit Zwiering. Scheiße, scheiße zieht uns rein. Ja, du kannst Tengulist auch competitive spielen. Ähm, Tardy, eigentlich... Warte. Schade. Eigentlich, ähm, so viel wie möglich aus den Portalen noch. Wir brauchen heute das Zeug aus den grünen und aus den roten Portalen. Ähm. Was denn heute noch ein Zeug, denn ich muss gleich ausmachen und werde das noch wissen. Nein, ich werde kein Zeug mehr machen. Ich mache bis 17 Uhr ungefähr und dann ist Schluss für heute. Weil ich heute Abend noch arbeiten gehen muss. Von 22 bis 6. Da ist nichts mit streamen am Abend. 4.000 Lichtjahre haben wir keinen Schein gefunden. Das ist echt. Schade. Hallo denn. Aber GoPro, es wäre gut, wenn du irgendwann mal noch demnächst auftauchst. Ich habe noch deinen Schein hier, was du gewonnen hast. Dass wir das tauschen können. Wir sehen uns bei uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Portale sind wirklich geizig. Nein, ich mache keinen Shiny-Hunting-Player. Ich will die Legendary-St-Fang. GoPro wäre es am liebsten, wenn wir am Ende des Streams tauschen können, weil ich habe jetzt gerade schon 10 Minuten oder 15 Minuten verplempert. Oh, ich war drop-hearing von Shiny. Mit dem Tauschen. Und ich würde gerne effektiv hunten gerade. Starre Finale for real. Ja, denn ihr könnt eure Coins einlösen. Weh, weh, früß on. Okay, ja, das ist gut, GoPro. Das passt. Das passt. Meine lieben Mods, es wäre schön, wenn ihr den Leuten erklärt, wie man das mit dem Coins einlösen macht. Danke. Beziehungsweise kann ich auch gerne in der Chat etwas... ...hervortunen, wenn jemand möchte und das erklären will. Shit. Oh, das könnte gut werden. Das könnte gut werden. Ordentlich Speed. Ja, natürlich wieder in so ein Scheißding rein. Scheiß drauf. Das war mit Blume. Das kommt auf alle Fälle in Shiny jetzt. Wir finden den Flunschlick, ne? Das ist schon schlimm genug aus. Nicht mal Shiny. Das ist noch schlimmer. Leute, bitte eure Tauschgeschäfte über Discord abwickeln, ansonsten gibt es einen Timeout. Danke für Klaus Fritz fürs Abonnieren. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Naja, wenn man es noch nie gemacht hat mit dem Coins einlösen, ist es halt. Nicht so selbst erklären, aber anders kann ich es halt nicht machen. Es gab halt mal eine ziemlich gute Botseite, da konnte man die auf der Seite einlösen, das war echt gut. Da konnte ich nur von der Seite dann die Liste rausnehmen und gucken, was ich noch machen muss. Aber die Seite hat er auch dicht gemacht, wie alle guten Sachen. Okay. Ahhhh. Ahhhh. Dann klingt mir nach nem Ho, ne nicht nach dem Ho, sondern nach nem Gedönsensieren. Ne? Ähm, Lavados. Lavados heißt es. Das ist schön, King Player, dass du ein gehacktes Shiny Arceus per Wundertausch gekriegt hast. Das ist Boreos! Nice! Nice! So. Ah, der hat schon der Musik von den 5 Pokémon ist richtig gut. Ja, der Text und das ist auch gut so. Das ist auch gut so, dass keine Handheld-Pokémon-Spiele mehr kommen. Okay. 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 Boreos ist auch Liebe, ey. Boreos ist übrigens so ein Battle-Ready, was mir überhaupt noch fehlt. Ich habe noch nie einen Boreos gespielt, falls ihr das mal so verfolgt habt. Das wird sich jetzt ändern. Es ist einfach so der Text. Du hast schon mit Sonne und Mond gemerkt, dass der 3DS an seine Grenzen kommt. Von mir aus hätten die schon nach Gen 6 auffüllen können mit den ganzen 3DS-Spielen und gleich für das Switch entwickeln können. Genauso schnell wie Zapdas drin blieb, ist Boreos jetzt widerspenstig, der kleine Drecksack. Nein, bis jetzt noch nicht, LG-Gamer. Leider nicht. Das wäre halt echt geil, wenn wir ein Quasa finden und das ist Shiny. Ich würde so lachen. Ich würde so lachen. KingClayer ist auch nicht böse gemaint, aber wenn du sowas kriegst, wenn das ein Mew ist über Wunderttausch, ein Celebi über Wunderttausch, Ähm, Irachie, alle Mythicals, Keldio, Victini, das ist frei. Das ist gehackte Scheiße von irgendwelchen YouTube-Basten. Ähm, Der Text, der, die Switch ist auch ein Handheld, ne? Das ist dir bewusst. Ah, Timmy! Das ist mein Mann! Das mache ich nämlich genauso. Sobald nämlich die, die, die Switch, das Switch-Spiel kommt und die Switch gehomebrewed werden kann, brauche ich nämlich auch eine zweite. Da hole ich mir eine neue. Zum Spielen dann. Und meine alte, die ich jetzt da habe, wird dann einfach gehomebrewed und gut ist. Ah, Boreos ist da! That's my boy! Ah, Boreos! Altes Haus! Komm im Club, man! Willkommen im Club! Ich weiß das Min, ich weiß, ich hab halt die Pokémon da, ist ja kein Ding. Ähm... Das ist nämlich Boreos. Der Text, ich bin bei Playstation 2 aufgewachsen. Soll ich jetzt Sony hier eine Petition schreiben, dass sie nur noch Playstation 2 Spiele entwickeln sollen? So ein Käse, mein Gott. Willkommen im 21. Jahrhundert. Technik streitet voran. Es ist nun mal so. Das stimmt, Timmy, das stimmt, aber... Als jemand, der permanent Content machen will und keinen Bock hat, wirklich mal gebannt zu werden, kann ich mir das nicht leisten. Deswegen werde ich wahrscheinlich eine Homebrewen. Dass ich die einfach nur ohne PKHacks benutze. Eigentlich geht der PKHacks auch so, dass man es direkt auf der Konsole machen kann. Das wäre natürlich noch garer. Und... Eine werde ich dann permanent zum Spielen behalten, dass ich dann die wieder online nutzen kann, immer schön updaten kann und sowas. Das ist etwas. Das ist ein bisschen, was ich mache.